Naja, hättest du andere Stufen holen können. Ja, seh ein bisschen arg langweilig aus. Ja, stimmt. Aber sonst ist okay, ja. Mach weiter. Erlaubnis erteilt. Scheiße, Stufen, Alter. Ach, ich mach ein anderer mal weiter. Ey, willst mich verarschen? Nein, ja. Entschuldigung, ich muss heute ein bisschen später rein starten. Ich hatte gerade so ein bisschen, ja, Minecraft-Ausfall. Deswegen bin ich jetzt erst bei Minute 6 eingestiegen. Wird ein bisschen kürzer die Folge heute, tut mir leid. Kann ich nichts für, Minecraft ist kaputt gegangen. Kaputt. Kaputt. Ich muss gleich mal, äh, obwohl, äh, könnte ich ihn gehen. Nein, aber nicht. Haben wir noch Karottensaft? Kannst du ja noch craften. Wir haben noch 270 Karotten oder sowas. Wieso wird mir das Crafting nicht angeboten? Ja, weil noch welche drin sind. Ah, ja. Den dritten Knopf auf der linken Seite. Wenn du den drückst, kannst du zwischen Stored Items und Craftable umschalten. Dann kannst du ja halt da was kraften. Okay. So, opfern wir mal nochmal hier unser Blut. Ach, da. Alles klar. Oh, ich bin so langsam. Gut, dann will ich mal was ins Crafting-System einbauen. Sand, ja, den brauche ich nachher noch. Ei, was machst du da? Nix. Ei. Werfst du mich mit Eiern? Ich hab dir gerade für Freier gegen den Kopf geschmissen. Menno. Haben wir noch eine Potion auf dem Rig zu errichten? Weißt du das aus dem Kopf? Ne, glaube ich nicht, dass wir die haben. Instant Health. Regeneration. Doch, zwei Stück sogar. Was ist das? Egal, was du da machst. Ich hab dich nur mit Schneebellen beworfen. Ich muss doch irgendwo noch. Bist du schon Dust am 7? Ja. Was brauchst du? Ganz viel Gunpowder. Wir haben ganz viel Gunpowder. Nicht mehr. Wir haben ganz viel Gunpowder. Oh, wir haben... Oh, ja, danke. Haben wir tatsächlich. 38. Na ja, ganz viel. Relativ. Wir haben noch mehr. 100%ig. Ne, ach, da hab ich auch schon ins ME-System eingelagert. Und in der 7-Truhe sind auch noch welche. Also, wir haben viele. Na, da will ich mal gucken. Du mach das. Ja. Das mei, du, moa. Gehle. Gehle? Gehle. Ja, lex mir moas. Ne, tu es nicht. Bitte nicht. Ähm, da ist kein Gunpowder drin. Wenn ich Gunn eingebe, kommt nichts. Wenn ich Powder eingebe, kommt nichts. Ne. Aber nur 38. Aber egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, Rest ins System. Wie viel TNT habe ich? 7. Na, das lässt hoffen. Ich hab gar kein Feuerzeug hier. Ich wollte gerade das TNT zünden. Schade. Ah, da. Oh, jetzt ist es zu spät. Kinsey, ich töte dich. Jetzt ist es zu spät. Ist nicht mehr cool. Das war noch nie cool. Doch, doch. Drei Stück, das heißt 6 von diesen Platten. Okay. Ich mach einen Plattenbau. Sao. Ah, und? Wie war's? Ja, war geil, du Sau. Wir rhymen heute verdammt viel. Ja. Und ich spüle nur mit Priel. Das war definitiv einer zu viel. Ich fand das ganz schön subtil. Kinsey, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, das stimmt. Tschüss, Kinsey. Oh, Mensch. Menno. Ich hab jetzt eine Entropie-Scherbe. Das find ich gut. Jetzt brauch ich noch Wasser und Feuer. Feuer? Wo krieg ich Feuer her? Mist, das sagt er mir hier auch nicht. Da müsste ich mal nachschauen, eigentlich. Taya, der sagte nicht, wo die Scherbe herkommt. Ja, vielleicht in der Clash-Beschreibung. Ja, das kann sein. Der müsste ja doch es doch sagen. Der darf doch keine EG-Heilersse vor der Horn. Clash-Beschreibung sagt mir das bestimmt. Open und dann hier ist gleich. Hier muss der Flasso zusammen. Ja, das wollte ich eben sagen. Habe ich schon so gedacht. Ach, es gibt nur Auslabs, okay. Ja, dann ist es ja nur noch Obsidian, was ich brauche, oder? Ich werde mal ganz kurz schauen, wie der Blutaltar Level 3 geht. Wie krieg ich denn Order Shards? Ich weiß nicht. Dann krieg ich die aus Obsidian. Da ist es sehr schwer. Sieh die an, wird aber hart, ey. Da hole ich mir meine beiden Tanks mal. Aber erstmal versuche ich es mit dem Eis. Das Eis. Eis, Eis, Baby. Was? Das brauche ich nicht mehr. Haben wir noch Clowstone? Nein, aber Clowstone, das, das reicht mir auch. Eins, zwei, drei, vier. Was ist denn hier los? Warum kommt da Wasser raus? Aus Eis? Warum kommt aus Eis Wasser raus? Ist das jetzt deine Frage? Ja, aber wenn ich es mit dem Hammer haue, kommt eigentlich kein Wasser raus. Woraus besteht denn Eis? Ja, aber es muss ja durch irgendwas geschmolzen sein. Muss es das? Ja. Wo ist mein Eimer? Der ist voll, verdammt nochmal. Ich hab' ihn geleert. Und, ist es jetzt ein Level-3-Blut-Altar? Yeah, wir haben ein Level-3-Blut-Altar. Wuhu. Holt den Sekt raus. Wenn du möchtest, kannst du ihn auch gerne mal gucken. Soll ich ihn holgegen? Du siehst, Hado. Du siehst, Hado. Ich holge ihn. Wow. Heil Satan! Oh. Muss man da Glowstone umzubauen, damit das überhaupt passiert? Oder was ist das? Ja, ja, ja. Okay. Du musst es, also das Einzige, was du wechseln kannst, sind die Glas-Blöcke. Die kannst du halt, irgendeinen festen Block kannst du da holen. Ist ganz egal, welchen. Du, ich habe schon so viel Saft getrunken hier. Guck mal, ob mein Blut orange ist. Nein. Möchte das nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ah ja, mein Jetpack-Laden, genau. Ach, du wolltest den Jetpack-Laden eröffnen? Das finde ich interessant. Ja, das ist ein Jetpack-Laden. Okay. Ah, fuck, ausgerechnet, jetzt hast du ja schon einen, mhm, ah, ungünstig. Hm, ah, mhm, mhm. Ich muss hier was machen. Ähm, C war aber... Tu das. Ui, ich kann fliegen. Hm, 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 hm. So. Ach, das ist so. Hi, Türzen. Was machst du da? Ja, das ist, weil das Wasser daneben gespawnt ist. Kinsey, was machst du denn da? Ah, hör auf, ich bin gerade am Beheben des Problems. Und außerdem sieht es sogar schön aus hinterher, also. Ganz ruhig. Ähm, da muss einer hin. Ja. Naja, jetzt andere Stufen holen können. Ja, sieht ein bisschen arg langweilig aus. Ja, stimmt. Ach, sonst ist es okay, ja. Mach weiter. Erlaubnis erteilt. Ach, scheiße, Stufen, Alter. Ach, ich mach'n andermal weiter. Ey, willst mich vergraschen? Nein, ja. Oh, Mann, faule Sau. Oh, ich muss mal noch mein Bienchen gucken, da ist bestimmt wieder was passiert. Carpzone ist oben, was will ich hier? Mann, ey. Yeah, oh, was? Was? Cultivated Princess, geil. Das heißt? Die nächste Mutation. Und das heißt? Ne, wir kommen immer an bessere Bienen ran gerade. Und das heißt? Irgendwann haben wir die besten Bienen und können uns damit Jellybee zum Beispiel erzeugen oder andere wichtige Sachen. Und das macht was? Ach, du bist ein Idiot. Nein, im Ernst, was macht das? Ja, dann können wir uns seltene Ressourcen besorgen. Okay, das finde ich gut. Ja, das habe ich mir bald schon gedacht. Sag's doch gleich. Cultivated Princess. Oh, nee. Na, come. Ach, der wird weggehämmert. Geht das? Oh, es dauert lange. Mann, Schneckball, ich führ meine Hacke zurück. Dammit, ich habe nur noch eine Prinzessin. Das ist aber nicht so gut. Heißt die Peach? Nee, die hat keinen Namen. Okay. Aber die sieht ein bisschen schwul aus. Ich glaube, ich nenne sie Kinsey. Wieso kann ich da jetzt keinen hinsetzen? Ich will da einen hinsetzen. Iiiiih, abputz dich links danach, ich ab. Wieso? Ach, weil ich den Hammer in der Hand habe. Da kann ich da natürlich keinen hinsetzen. Ist ja klar. Ekelhaft. So. Ach, nee, da fehlt ja noch was. Oh, Mann, jetzt hör doch mal auf. Du blöder Treppendreck. Treppendreck. Okay. Treppendreck, den mach ich weg. Ja, Mann. Geh mal zu meinen anderen Bienen. Sehr schön. So geht das. So, jetzt pack ich dir den Hammer aus. Wenn wir andere, wenn wir andere Treppen haben, dann sollten wir die trotzdem ändern. Okay. Was ist hier? Medos Princess mit Forest Throne. Ab dafür. Bumst. Jetzt fehlt mir aber noch Feuer und Order. Ich habe gedacht, Feuer hast du. Nee, wahrscheinlich Feuer aus Netherrack. Aus Obsidian. Nee, Obsidian ist, glaube ich, Order. Du hast doch gerade eben gesagt, dass das da rauskommt. Ja. Du hast ja dummes Zeug geredet. Wo haben wir denn Netherrack? Sag nicht im Nether. In Netherrack haben wir auch, aber ich glaube, im Latsch, genau, wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht auch in der alten Sludgekiste. Noch. Da ist so. Los und Tate Zoll. Warum arbeitet der wieder nicht? Ich reiz nicht. Ich auch nicht. Ah, ich weiß. Aber warum ist das immer wieder weg? Ich habe da doch... 25.000 Lebenspunkte brauchst dafür. Willst du mich verarschen? Das ist ultra viel. Was? Was? 25.000 Lebenspunkte? Vor allem hat er nur eine Kapazität von 10.000. Wir sollten das gehen. Das geht doch vorne und hinten nicht. Ach. Hä? Schon wieder kein Redstone? Wusstens? Oder... Oh, vielleicht habe ich das auch noch. Nee. Aber dann ist doch bestimmt Redstone... Ja. Zwölf Stück. Gut. Ich brauche noch einen. Hm. Wo ist denn das Eisen? Alter Vater. Haben wir kein Eisen mehr? Äh, doch. Normal schon. Ach, ich habe noch drei Blöcke auf Iron im Inventar, so. Zack, zack. Und Glass. Was? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? ME-System kaputt? Ich habe noch... Das kann doch nicht sein. Wie so was? Wie was? Mit den 25.000 Lebenspunkten? Meinst du das? Ja, weil das Ding hat nur eine Kapazität von 10... Oh. Das... Ja gut, das widerspricht sich ein wenig. Irgendwie ja, ne? Vielleicht haben die aus Versehen da eine Null dran gehangen. Wo schmischen wir mal googeln hinterher? Das, ähm... Ist ein bisschen komisch, aber wir müssen jetzt eh Ende machen. Ah. Ähm... Aber wir machen ja noch ein Volkchen heute. Ich opfer noch gerade ein bisschen, ja. Ich muss das Jetpack aufladen, das hat null Prozent. So, okay. Dann, äh... Ja, sage ich einfach mal... Ne, du musst Abwand machen, oder? Ne, ich. Okay, dann sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Reinschauen und, äh... Schaltet auch in der nächsten Folge wieder rein. Hier bei Mielekraft Akrarienskreis, unserer riesigen, tollen Superinsel, äh... Also, der ist ein kleines Thema Park. Der ist da. Und, äh... Das, äh... Bin ich hier auf dem Blutaltar. Ja, von uns schon wieder rein, ey. Ich fäng's dir mal zu. Kannst du sehen? Ne, ich, äh... Bin gerade in der F5-Ansicht. Also dann, bis morgen. F5, das ist eine gute Idee. Auch von hinten. Hm. Äh, tschüss. Äh, tschüss. Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Untertitelung des ZDF, 2020